willkommen zurück zu einer neuen folge von top router der definitiv edition gleich vorab da ich im moment bitrain probleme habe im stream werde ich mich jetzt erst mal auf vod konzentrieren ich habe mein internetanbieter schon gewechselt dauert leider noch ein halbes jahr bis ich den bekomme von daher denke ich mal werden meine zukünftigen videos erst einmal als vod rauskommen sobald ich neues internet habe dann wird es vermehrt gestreamt ich kann schon mal für februar versprechen dass es verdammt viele videos geben wird und ja nichtsdestotrotz will ich jetzt von brader weiter spielen wir machen jetzt folge 2 und ich werde die vod auf eine stunde belassen und ja ich versuche jetzt pünktlich jeden tag eine hochzuladen und würde mich natürlich freuen wenn wir weiter jetzt gucken legen wir los mit der zweiten folge von top router so wir waren letztens stehen geblieben hier oben genau wir müssen da hoch dann gehen wir doch mal da oben aber ich sehe gerade die vod auf eine schlagerung so let's go äh wir können jetzt steine klettern ich will hier nicht springen springt sie nicht das graf hatten wir zuletzt gemacht und ja beim letzten stream sah sie leider nicht so gut aus mit der bitrate und ich habe alles versucht aber ich bekomme sie nicht gut hin deswegen lasse ich es mal auf die ods und sobald ich mein neues internet habe geht es in richtung vermehrten streams ja und ich kann auch schon mal für februar versprechen dass es viele videos geben wird vor allen Dingen was auf dem let's play reihe angeht und ja seid gespannt wir können damit einiges gefasst machen Lara bist du da? wo bist du? hast du Sam gefunden? wir verfolgen ihre Spur gut ich will versuchen ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden irgendwelche Tipps? du musst die Kommunikationskonsole finden müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung ok ich sag Bescheid wenn ich dort bin stimmt wir sollen ja zum Funkturm hoch und ja schon dabei der wo ich jetzt mal gespielt habe wie er vielleicht gesehen hat am 29.12. und ja erstmal wieder klarkommen hier und alle klarkommen hier klarkommen hier das muss alles nicht sein hey wirft ihr die Molotovs? komm zeig dich komm zeig dich ob die eher Mangelware ist oder ist da noch jemand? nein erstmal ein bisschen Ressourcen sammeln was haben wir hier? jetzt nichts mehr ich hab kein wildes Gefühl dabei ich hab kein wildes Gefühl dabei da ist der Tor wir fern uns rein es ist bestimmt ein mechanisches kein elektrisches Problem jetzt Alex das könnte ein elektrisches Problem sein meinst du? oh hallo hey wer ist denn die kleine hier? ja ja das ist Alicia meine Tochter 14 Jahre alt und klüger als du je sein wirst sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater das wäre zu viel der Ehre und das da ich seh mir das mal an ist wahrscheinlich elektrisch nach dem Vater ich saß also am Loch wie so oft zum Nachtmangel hey Grimm Zeit die Schotten dicht zu machen naja ich komme also ich saß am Loch da springt mich plötzlich dieses Ding an es kam direkt aus dem Wasser also gab ich ihm ne Kopfnuss in 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen und ich trinke seitdem nicht mehr wir sehen uns beim Essen okay für die Zwischenschnitte danke Dr. James Whitman Filler 15 Take 3 und Action okay dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang genau so ja ungefähr oh Quatsch Cut Cut kommt er gleich wieder ich geh ihn holen ein weltberühmter Archäologe ein entdecker der weltberühmte Archäologe Dr. James Whitman ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen es ist nur ein Fisch okay Sie schaffen das ja nur ein Fisch dieses verdammte reality tv business ich möchte den Menschen kultur nahe bringen Sam und kein Essen nichts für ungut die Zuschauer wollen Inhalte Dr. Whitman Sie wissen das bis wir das Königreich gefunden haben brauchen wir Aufnahmen wie diese Kommen sie noch einmal von vorn okay Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi wenn es fertig ist das Dr. James Whitman Filler 15 Take 4 Action okay pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang ich kenne die Karten so gut ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen aber was wenn Yamatai doch nicht im Drachen Dreieck liegt und das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden du kamst an um es mir zu zeigen in deinen Pinguin Pijama ich war fünf Jahre alt das war mein erster Punkt ja du hast einen tollen Instinkt Kleine du musst ihm nur vertrauen mhm das hat mein Vater auch gesagt er hat immer auf seinen Instinkt gehört was auch geschah er wäre sehr stolz auf dich Laura wir nähern uns dem Sturm das war noch alles bevor alles zu Bruch ging okay Laura reiß dich zusammen alle zählen auf dich so jetzt gehen wir nochmal ins Feuer wir haben ja einen Fähigkeitspunkt bekommen wo ich allerdings noch nicht weiß wo ich den investieren werde äh nein nicht schnell reißen ähm hier ist glaube ich eh noch alles gesperrt jaja deswegen nehmen wir jetzt Knochensammler neue Fähigkeit gemeistert sammeln sie Bergungsgut beim Plündern von Tiergadavern alles klar alles klar ich mache was noch besser da ist das Maximum und hier äh nein das war auch Maximum und auch gefällt es wäre ok dann sparen wir noch ein bisschen oh Position mal geschlagen da lang überall ach komm na gut dann lass mal die machen hier sind böse Buben alles an die Zeit aufh ALLE HMM 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 der hat das nicht mehr gekriegt egal ist er so tot Das Licht erhoben könnte aber nervig werden. Ich war da noch nicht gesehen. Aber diese Sicht zeigt mir die Gegner nur tot an, aber nicht lebend. Das war sein letztes Bier. So, Licht aus. Fängt durchgebrannt, sagt er. Noch jemand oder war es das? Ich hoffe mal, das war's. So. Sehen tue ich gerade niemanden. Jetzt hat mich aber jemand gesehen. Hier hat doch noch jemand. Irgendwo wo? Alle zwei sind es auf jeden Fall noch. Hunden? Hallo? Ups. Ja, man kann den Bogenanschalt nicht lange genug halten. Dürfte aber ziemlich schwer sein. Da ist noch einer. Sehr klug. Ey. Auf damit. Daneben. Auch daneben. Wir sind beide die besten Schützen. Ich kam mir gerade vor wie bei der nackte Kanone. Hör auf damit. Hör auf damit. Oh, jetzt. Brenne. Frech. Ich habe keine Molotows. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Ja, da war noch was. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch irgendwas? Anscheinend nicht. So, was sagt eigentlich die Karte? So, das haben wir. Auch so groß scheint die Insel gar nicht zu sein, ja? Wenn wir schon von da nach da oben gekommen sind. Ging zügig. Na gut. Schauen wir, wie es weitergeht. Oh, da war es vergessen. Soll ich mal mitnehmen? Okay. Geocatch. Wir müssen mal lang. Äh, nach oben? Oh. Okay. Ach so. Andere Seite wäre, glaube ich, klüger. Ja. Ja, hier macht das mehr Sinn. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Deswegen die japanische Münze. Voll. Es ist eiskalt. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja. 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 Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Hm. Der Fall ist da ein Führer. So, wo sind die bösen Buben? Ist hier Gift? Okay, die Tür kann ich schon mal nicht nehmen. Aber Nahkampfangriff kann Lara nicht. Was? 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 Haben sie nicht gehört. Wo haben sie das? Eine Rörfer vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf. Bitte Frage. Wir lassen sie erst mal stehen, Herr. Was war das? Ja, der Helm auf, oder? Okay, wenn ihr sogar einen Körpertreffer sofort killt, dann bringt der Helm dem auch nichts. Hier haben wir noch was. Ressourcen. Ich hätte mit der Pistole natürlich auch auf das Fass schießen können, dann wäre es hochgegangen, aber das wäre zu laut gewesen und zu einfach. Die habe ich gar nicht gesehen. Im Lautuskirr gibt es 20 Erfahrungspunkte. Okay. Was bist du? Aber wie viele hat Glare jetzt schon auf dem Gewissen? Ich bin ja Archäologin. Krass. Oh, ich kann nicht vor... Ah. Das Wurfobjekt. Ich vermute mal, ich soll das so durchwerfen, oder? Ja. Oder auch nicht. Oh, was hat jetzt die Lampe gebracht, hä? Das macht mir schade. Jetzt muss ich es durchwerfen. Okay. Nee. E Mal. Ja. Ich habe nur das gemacht, was er mich darum gebeten hat. Er ist so oder so gestorben. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Wir lernen noch ein bisschen mehr über die Insel. Wir lernen Fett an. Immer mit der Ausgabe. Mach viel. Komm doch. Mach viel. Mach viel. Hebt der noch? Die sind dann auf einmal alle her, ey. Vera ist echt eine eiskalte Killerin. Ab hier habe ich jetzt ein Upgrade. Da ist Kartenraum. Oh, hier soll ich wohl eine... Ah. Es gibt bestimmt so und so viele Fahnen, die du verbrennen sollst. Aber was meinen die mit Kartenraum? Komm ich in dół. Ich trebe was schon jetzt. Was macht das jetzt? Ey. Das ging gerade etwas zu schnell mit Dreieck. Das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Ja, da kommt der Neo. Wie viele Typen hat der Typ eigentlich? Hier ist noch einer. Alex. Bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du erst mal neu über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann äh... Du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angewahrt. Ich meine... ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Die fünf Meter, Mensch. Erkleben sie den Funktorn. Aber hey, warte mal. Ich brauch Feuer. Sechster September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist doch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Hm. Also Mephael scheint schon eine ganze Weile hier zu sein. So. Da haben wir doch zum Beispiel eine Tonne. Ich will mir mal die Flanken verbrennen. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon geben soll. Hier war auf jeden Fall irgendwo einer. Hier drinnen. Äh, hier drinnen. Ungläubige, der Herausforderung abschließt für EP. Okay. Stand 5 gibt's. Die Frage ist, bin ich schon an welchem vorbeigelaufen, oder? Höchstwahrscheinlich, ja? Ja. Na gut. Da ist noch eine. Das war Nummer 2. Drei. Einmal irgendwo eine. Oh, hier guckt man ja auch. Ja, ich will ja auch nur mit deinem Raum. So. Ist das meine Fackel weg? Vielleicht. Vielleicht. Oh, die dritte ist vielleicht auch. Aber wie komme ich denn bitte schön da hoch? Hier? Ja. Ach, hier soll das Feuer. Ah, okay. Können wir mal upgraden. Haben ja genug. Jetzt haben wir fertig. Quer upgrade. Uh. Äh, ein kürzeres Magazin. Pistole, Gewerkholpen und Griff zu stabilisieren. Der Waffen beim Feuern. Doppelmagazin. Und polierter Auswerfer, der die Schussfrequenz holt. Also erstmal. Äh, Stabilisierung. Dann würde ich Pistole nochmal machen. Und zwar... Ein Rückschluss mit... Die Präzision... Ja. Und das war's. Gut. Hier war jetzt keine Flagge? Nö. Warte mal. Die Wand sieht so zerbrechlich aus. Aber ich glaube nicht, dass da was passiert, wenn ich drauf schieße. So. Mal anmachen. Ich will nochmal schnell da hinten was gucken. Äh, da blinkt's. Schau mal, ob ich da rein rennen kann. So. Ich hab hier unten nämlich noch nicht geguckt. Da ist noch einer. Das ist Nummer drei. Oben ist Nummer vier. Und wo ist die fünfte? Eine fehlt noch. Weil wo eine ist, weiß ich ja noch. Wo ist die hier? So. 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 Wie es aussieht, wird eine mir fehlen. Hier bin ich nur drüber gehüpft. Hier drinnen sieht's mir nicht mehr danach aus, ob noch eine ist. Ich mein, gib dir... Ah, da ist er. Gut. Wir haben ihn. Geile. Das heißt, machst du alles für 50 Erfahrungspunkte oder wie? Hm. So gedürftig. Und die letzte. 150 und eine Trophäe. Alles klar. Haben wir das auch erledigt. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Sacrifice. Nice. Ah. Das ist doch heiß. Oh. 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 Das ist ja noch ein bisschen tolles. Weiß. Das ist doch kein Problem. Oh. 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 Heißen ist kalte. Wer baut sowas? Kann ich da was warten? Größeres Magazin. Jetzt sind wir pleite. Der lebt nicht mehr. Oh. Wir haben wieder Besuch. Verdammt. Wie viele sind es? Oh Gott. Oh Gott. Als ob das nicht der Kopf gewesen ist. Jetzt sieh mehr. Ich kann ja mal die Pistole nehmen. Schön, aber da oben. Schau mal. Schau mal. Hey, dann komm her. Oh, mir sind wir noch einer. Oh. Nicht für viele Leute. So, Meisterbogenschuss. Entschau mal. Klickstreffer. Äh, Lara? Du bist bescheuessen. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im zweiten Weltkrieg benutzt? Du bist trotzdem bescheuessen, Lara. Ey, das ist frech. Ey. Dann schießt er halt so. Was sind sie denn? Das waren doch nicht alle. Ja. Da war er vielleicht noch mal wieder. Nein. Ach. Oh, Schiss. Oh, Schiss. Oh, Schiss. Oh, Schiss. Jetzt bin ich noch mal. Ich bin noch mal. Oh, Schiss. Das war's. Oh. Oh, Schiss. Oh, Schiss. Oh, Schiss. Wenn ich den Kopf nicht griff, dann ist definitiv kein Headshot, äh, kein Headshot, kein, äh, kein Frostkill, sagen wir mal so. Junge, Junge, Junge. Komme ich hier hoch? Nee, na doch. Ich dachte mir, dass hier was ist. Mal was zum Lesen. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich hab sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Hm. Sind auf jeden Fall alle bereit zu sterben. Nach dem Weg, tut mir die Herein. So, hier kommen wir nicht lang. Was heißt hier hoch? Oh, hallo. Oh, hallo. Ich hab ihn ja schon zu ruhig gehabt. Bleib ruhig. Die sind echt nervig. Wie viele Molotovs haben die eigentlich? Ich hab ihn ja schon. Ich hab ihn ja schon. Ich hab ihn ja schon. Was sind die Leiche denn? Irgendwie hab ich das Gefühl, dass jetzt hier was stärkeres kommt auf die Tür. Aus dem Weg! Sie gehören mir! Da! Mit Schild! Ausweichen! 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 Noch jemand? Waffenteile verbessern ihre Waffen erheblich. Dersuchen sie Bergungsbehälter und töten Gegner um sie zu finden. Ja, der hat mir ja eins gegeben. Wie viel geben die eigentlich an Ressourcen? Wenn man mal trifft. Wahrscheinlich wo du hin rennst. Wie viel geben die? Acht! Okay! Ha! Da müssen wir eigentlich lang da oben hin. Also an Munition wird hier echt nicht gespart. Kann ja auch ein bisschen mehr rumballern. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier werden uns oben 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 übermorgen. Wo? Jaja war irgendwie ein Feuer?! Da ist noch was? Ne, ist nix. Okay, sah aus wie ein Buch. Ah, okay. Ich habe nur eine kleine Abkürzung genommen. Oh, ich habe Fähigkeitspunkten. Gar nicht mitbekommen. Was haben wir hier eigentlich? Halten sie im Kampf mehr aus, um zu übernehmen? Ah, okay. Aber mehr Gesundheit ist gut. Okay, gehen wir zu Upgrades. Und wir machen nochmal die Pistole, wenn was geht. Schnellfeuer oder Rücklaufbremse? Machen wir. Rücklaufbremse, mehr Schaden. Okay. Dann gehen wir mal weiter. So. Äh. Da drüben hin. Was heißt? Äh? Oh, wie ist die Zeit? Gar nicht gesehen. Arras ist nicht übrigens ein bisschen kalt. Also zum Top da rum zu rennen, ist glaube ich nicht gesund. Natürlich. Du bist so ein krasse Minusgrad, ey Arsch. Hey, hey. Hey. Und noch ein Stück. Und jetzt? Jetzt. Wie hat mich dich euren? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notrufer absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ihre Lage. Geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Mayday. Mayday. Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Komm schon. Mayday. Mayday. Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja. Lara Croft. Du bist meine Heldin. Wuhu. Wuhu. Hey. Hat Ray Hess gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin. Flammen. Das kriege ich hin. Achso. Muss ich Leben da wieder runter. Okay. Wie auch immer die jetzt da runter gekommen ist. Man wird es nie erfahren. So kommt man definitiv runter. Oh. Jetzt wurde es leer kaputt. Jetzt kommt es doch nicht mehr hoch. Hier ist übrigens ein Könnesdorf. Wahrscheinlich leer. Äh. Okay. Da sind noch welche. Gibt es hier noch irgendwas schönes? Treibstofftanks. Ja. Vielleicht brauchen wir nicht. Stimmt irgendwas zu finden. Äh. Der sieht nicht gesund aus. Ah. Das ganze Funk gemacht. Ah. Okay. Feuerstahl. So sollte es gehen. Feuerstahl. Äh. Oder halten sie fair gedrückt um die Facke zu entzünden. Okay. Brauche ich keine Feuerquellen mehr. Find ich cool. Aber mehr ist hier nicht. Okay. Okay. Und jetzt. Warte auf vorne. Oh hier liegt noch mehr. Okay. Bevoll. Was? 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 Äh. Das ist hier ein bisschen da. Was? Was ist hier? Was ist hier durch die Storben gekommen? Gar nicht. аноauschar Vorteil. Was? Was ist hier? Okay. Perfaltrin. . . . . . . . . . Hey, da kommt noch was. Das war knapp. Hotel freigeschaltet. Hauptmini extra. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Er wird bestimmt nicht allein sein. Was schwingen sie an herunterhängten Bannern wie an einem Trapez? Ok. Ja, Lara. Man sollte schon auch hinspringen. Ja, Lara. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. All die Jahre hat es geheilt. Dann kommt Lara und macht alles kaputt. Was? Was zum Teufel? Raus ab! Raus ab! Raus ab! Raus ab! Raus ab! Raus ab! Lara, bist du da? Raus ab! Ich werde dich hören. Ja, nun wieder. Ja, nun wieder. Klappen. Der hat keine Waffenteile gehabt. Er ist tot. Gab es hier noch etwas? Scheinbar... Nix. Ja, ok. Ressourcen. Geht es auch nach oben? Viele Ressourcen. Waffenmodifizierung verfügbar. Ich höre hier ein Funkgerät. Ich gehe jetzt mal an das Feuer, weil wir haben ja eine Modifizierung. Ich kriege es nicht aus dem Wasser. Ein Sturm aus dem Nichts. Ein klaren Himmel. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Noch nicht. Ich muss einen Fehler gewacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ja. Aber gib dir nicht für alles die Schuld. Du kannst ja auch nicht zaubern. So. Fähigkeitspunkt haben wir nicht. Schnell reiß ich Kamani machen. 4 von 10 lagers Tagebücher. Gut Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit der zweiten Folge. Wie gesagt. Ich versuche jetzt jeden Tag eine Folge hochzuladen. Leider wird es mit dem Stream erstmal nichts. Da ich totale Bitrate Einbrüche mittlerweile habe. Ich habe keine Ahnung warum. Und ja. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ja. Bis dahin. Haut rein. Hier beim Smoke Gamer. Bis zum nächsten Mal.